Wir haben ein bisschen zerspannt. Wir haben uns die Hochschulen und Fachhochschulen angeguckt. Wir waren kurz auf einem Kaliberg und in der Politik. Und jetzt gehen wir zu einem Job, zu einer Ausbildung, die ist ein Bürojob oder ist es was Soziales? Ich frage am besten mal meine Gäste selber, denn hier sind von der Agentur für Arbeit aus Hildesheim einmal Henrik Schrader. Er ist da Teamleiter für Ausbildung und Qualifizierung. Hallo Henrik. Dann haben wir hier Sarah. Du machst die Ausbildung, über die ich gesprochen habe gerade. Es geht nämlich um die Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen. Was das genau ist, klären wir gleich. Und immer noch und schon wieder da ist Sina, die Berufsberaterin von der Agentur für Arbeit. In diesem Fall hast du zwar den Blick von außen so ein bisschen, aber auch vielleicht den Blick von innen. Ich bin gespannt, worum es gleich jetzt hier im Kern geht. Henrik, ich habe mich gefragt, ist das diese Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen? Da musste ich erst mal gucken, was sind Arbeitsmarktdienstleistungen? Kannst du das mal erklären, was bedeutet das? Die meisten kennen das Thema Arbeitslosigkeit oder jetzt auch Berufsberatung, wie es die Sina auch macht. Wir bieten wirklich Dienstleistungen rund um den Arbeitsmarkt. Also wenn es um Jobsuche geht, egal ob ich jetzt schon ausgelernt bin oder mich vielleicht für eine Ausbildung und ein Studium interessiere, da bieten wir Beratung, Geldleistung, was auch Sarah ja entsprechend macht, Arbeitsvermittlung. Das sind so die Stichpunkte, die die meisten kennen von uns. Sarah, du hast dich dafür entschieden, das zu machen. Ich habe eben gesagt, ich weiß nicht so genau, ist es eher ein Bürojob oder ist es total viel irgendwie in der Kommunikation mit Menschen? Wie würdest du das beschreiben? Was ist so das Hauptarbeitsfeld? Es ist tatsächlich beides. Also das ist auch das, was mich daran so fasziniert. Man kann einerseits viel im Büro arbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Arbeitslosengeldanträge für Arbeitslosengeld 1 bearbeite oder wenn ich dann im Jobcenter bin, da kümmere ich mich dann um die Anträge für das Arbeitslosengeld 2. Dann haben wir noch die Möglichkeit, im Servicecenter was kennenzulernen oder in der Eingangszone. Da ist natürlich ganz viel Kundenkontakt oder auch vieles E-Mail-Bearbeitung, Online-Bearbeitung. Also das ist so ein breites Spektrum. Okay, aber das heißt jetzt irgendwie, Sina macht Berufsberatung, aber ihr seid diese Arbeitsmarktdienstleistung. Das heißt in erster Linie hilfst du Leuten, denen es gerade nicht so gut geht vermutlich, weil sie gerade arbeitslos geworden sind oder schon länger sind. Ist das auch manchmal irgendwie ein harter Job, weil man einfach so krasse Geschichten hört? Ja, auch gerade weil, wenn man jetzt so aus der Schule kommt oder wenn man dann eben vorher vielleicht schon studiert hat, dann kennt man so ein bisschen, sage ich mal, so die heile Welt. Und wenn man dann zur Agentur kommt, da hat man natürlich schon auch teilweise Schicksalsschläge dabei, weil es hat ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen arbeitslos werden. Also viele werden das ja nicht, weil sie es unbedingt wollen, sondern weil tatsächlich dann da was hinterher steckt, wie zum Beispiel auch Corona, dass der Betrieb pleite gegangen ist, dass man vielleicht einen familiären Schicksalsschlag hat. Und da muss man natürlich auch dann im Beruf ein bisschen sensibel sein und auch empathisch, dass man da den Menschen auf Augenhöhe begegnet und nicht alle über einen Kamm schätzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und im besten Falle hast du den Menschen am Ende dann aber auch geholfen und die gehen fröhlicher raus, als sie reingekommen sind. Sina, du bist auch Teil der Arbeitsagentur, aber eben an einer anderen Stelle. Du machst die Berufsberatung. Jetzt vielleicht mal der kritische Blick aufs eigene Haus. Welchen Leuten würdest du empfehlen, irgendwie zu sagen, hey, die Agentur für Arbeit könnte was für dich sein? Man muss auf jeden Fall eine soziale Einstellung haben. Man muss sehr gerne reden. Also man merkt, wir reden sehr gerne. Die ganze Agentur für Arbeit kommuniziert gern. Du musst eine gute Konfliktfähigkeit haben, definitiv. Empathie wurde schon erwähnt. Du musst natürlich auch ein gewisses Teil an verwalterischen Tätigkeiten umsetzen. Man muss am Computer arbeiten und aber auch auf die Menschen eingehen können. Und ich finde, die besondere Herausforderung bei der Tätigkeit ist tatsächlich, das Gesetz mit der Wirklichkeit zu verbinden. Dass man wirklich Gesetze lesen kann, verstehen, aber auch umsetzen und dann wirklich auch an die Menschen bringen und denen verständlich machen. Hey, das ist jetzt ein guter Weg für dich und wir wollen dir nur helfen. Und da muss man wirklich ein ganz, ganz tolles Feingefühl auch mitbringen. Nicht nur die Arbeit am Computer, sondern tatsächlich auch wirklich mit den Menschen. Vielleicht, Henrik, nochmal. Lerne ich das dann in der Ausbildung? Habe ich irgendwie Kommunikationskonflikttraining und Gesetzestexte? Wie sieht das so dieser Blumenstrauß aus, der mich erwartet, wenn ich bei euch anfange mit der Ausbildung? Ja, also tatsächlich ist es ein bunter Blumenstrauß in der Ausbildung. Man hat teilweise Kommunikationslehrgänge, wo man Kommunikationsgrundlagen lernt, aufbauende Lehrgänge zum Thema Kommunikation, auch was so ein bisschen das Drumherum dann auch mitgestaltet. Wir üben auch die Gespräche und auch Situationen, die vorkommen können. Und dann haben wir in unseren Agenturen jeweils noch die Ausbilder sitzen, die dann wirklich den fachlichen Inhalt beisteuern. Das heißt, in so Mini-Lehrgänge, bei uns nehmen wir das Lernmodul, dann kriegen wir wirklich dann das Gesetz mal beigebracht, theoretisch. Aber das Gesetz so ein bisschen erlebbar machen dann auch. So ist die Ausbildung bei uns gestrickt. Das heißt, die dicken Bücher bleiben zu Hause. Man kriegt das schon sehr praxisnah beigebracht. Sarah, die meisten Leute gehen für einen Tag mal zur Arbeitsagentur und gehen dann wieder weg. Du wolltest direkt da bleiben. Was ist für dich das, wo du sagst, das macht wirklich Spaß oder ich bereue nicht, dass ich da hingegangen bin? Das finde ich toll an meinem Arbeitgeber. Für mich ist das tatsächlich der Kundenkontakt und das, was du auch schon gesagt hattest, dass Menschen vielleicht auch deprimiert oder traurig bei uns ins Haus kommen, weil sie zum ersten Mal arbeitslos werden. Sie wissen gar nicht, was sie erwartet. Und dann können wir so ein bisschen den Druck aus der Sache rausnehmen, weil es ist wirklich nicht schlimm, mal arbeitslos zu werden. Dafür sind wir ja auch da. Es ist ja auch eine Versicherungsleistung. Also jeder, der seine Lohnabrechnung schon mal angesehen hat, da steht ja auch drauf, dass man für die Arbeitslosenversicherung einzahlt. Und wir geben das dann ja quasi wieder zurück. Wir helfen dann eben, diese Zeit der Lohneinbuße zu überbrücken. Und das ist eben auch das, was für mich so spannend macht, dass ich eben Menschen helfen kann und auch mit Menschen zusammenarbeiten kann. Und das heißt, die Gesetzestexte waren nicht der erste Grund, irgendwie da hinzugehen. Und trotzdem, wie würdest du das beurteilen? Ist das zu handeln oder muss ich irgendwie super komplexe Sätze verstehen? Oder wie läuft das für dich? Das ist tatsächlich sehr gut zu handeln. Also das war auch das, wovor ich am Anfang wirklich Respekt hatte. Weil ich meine, jeder hat ja vielleicht auch schon mal so in den Nachrichten oder auch mal so ein bisschen ins Gesetz geschaut. Oder auch allein das Grundgesetz. Das sind schon wirklich teilweise sehr komplexe Sachverhalte und sehr komplexe Strukturen im Gesetz. Aber wie Henrik auch eben schon gesagt hat, durch die Fachausbilder wird das sehr gut aufbereitet. Also meistens ist es so, der Text wird gelesen. Dann wird gefragt, was wir davon schon mitgenommen haben. Und dann wird das alles an sich nochmal aufgedröselt. Und dann kriegen wir auch sozusagen dann nochmal theoretische Sachverhalte, die wir dann auch selber aufschreiben können, um das Ganze nochmal zu verinnerlichen. Man wird also von Anfang an gut an die Hand genommen. Sina, nochmal so der Blick. Es gibt ja auch noch unterschiedliche Ausbildungen in der Agentur für Arbeit. Nicht nur die Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen. Aber auch die Frage, was kann ich denn danach machen? Oder wenn ich den Weg bei euch anfange, wo führt das mich vielleicht hin? Die Ausbildung findet auf jeden Fall in verschiedenen Bereichen statt. Das heißt, man durchläuft die Eingangszone. Das ist so der erste Kundenkontakt, wo die Menschen auftauchen, wenn sie sich arbeitslos oder arbeitssuchend melden möchten. Dann hat man die Möglichkeit, im Service Center zu arbeiten. Das ist so dieser telefonische Kontakt, den man bekommt. Aber auch in der Familienkasse oder in der Leistungsabteilung, wenn man gerne so mit Zahlen umgeht und gerne rechnet und Leistungsanträge bearbeitet. Diese Abteilungen durchläuft man. Und hinterher kann man sich dann zum größten Teil auch entscheiden, wo möchte ich dann arbeiten? Man kann sich aber auch intern dann natürlich auch umorientieren. Also wenn man sich weiter qualifiziert und dann in der Arbeitsvermittlung eingesetzt wird, auch das macht enorm viel Spaß. Die persönliche Beratung. Man kann sich auch anderweitig umorientieren, indem man umzieht, vielleicht eine ganz andere Agentur aufsucht oder gern mit Jugendlichen zusammenarbeitet, wie wir in der Berufsberatung. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann sogar auch studieren bei uns. Wir haben duale Studiengänge. Und es gibt auch zusätzlich zu der Ausbildung Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen Ausbildungen im IT-Bereich. Das heißt, man kann im IT-Servicehaus bei uns in Nürnberg kann man Fachinformatiker lernen, auch in verschiedenen Fachrichtungen. Das ist auch spannend, wenn man gerne im IT-Bereich was machen möchte. Es gibt also super viele Möglichkeiten und man kann immer auch zu euch kommen, um die Fragen zu stellen. Oder man schickt sie uns in die Sendung, so wie drei Leute oder unsere drei Gäste aus der Realschule Himmelstür. Die Fragen hören wir uns auch an. Hallo, mein Name ist Lina. Meine Frage ist, welche Vorteile gibt es, wenn man Abitur hat? Hallo, mein Name ist Lina. Meine Frage wäre, wie kann man sich am besten für einen Einstellungstest vorbereiten? Hallo, mein Name ist Lina. Ich wollte fragen, wie ist die Bezahlung in der Ausbildung? Drei Fragen, drei Personen. Ich versuche es mal irgendwie. Die erste Frage von Celina war ja, welche Vorteile gibt es, wenn man Abitur hat? Vielleicht, Henry, kannst du das beantworten? So direkt gibt es ja gar keine Vorteile im Bewerbungsverfahren. Bei uns ist ab der Realschule die Bewerbung natürlich möglich. Das Abitur bietet jetzt keine größeren Vorteile in dem Sinne. Von daher würde ich sagen, gar keine. Okay. Sarah, kann ich dich fragen, wie das mit der Bezahlung ist während der Ausbildung? Die Bezahlung ist gut, die kann sich sehen lassen. Im ersten Jahr kriegt man so ungefähr 850 Euro netto ausgezahlt. Und wenn man das mit anderen Ausbildungsberufen vergleicht, kommt man da schon gut über die Runden. Okay. Am Geld kann es also am Ende auch nicht liegen. Dich noch mal kurz gefragt. Cindy wollte wissen, wie kann man sich am besten auf einen Einstellungstest vorbereiten? Sina, das ist doch eine Frage für dich. Genau, also die Möglichkeit oder wie es bei uns ist in der Agentur für Arbeit, wir durchlaufen ein Assessment Center. Das heißt, wenn man da wirklich schaut, was sind meine Stärken, meine Schwächen, wie kann man sich in Gruppen verhalten, dass man da wirklich auch Rede und Antwort stehen kann. Und seine Rolle auch ausspielt, ist wichtig, definitiv. So ein bisschen überlegen, warum möchte ich mich bei der Agentur für Arbeit bewerben? Was ist so der Grund, warum möchte ich genau dahin? Es ist auch immer wichtig, dass man da eine Antwort drauf hat. Danke für die wertvolle Antwort auf die Frage. An dich, Sarah und an dich, Sina, sage ich jetzt erstmal schon mal vielen, vielen Dank für eure tollen Antworten. Und dich nehme ich noch mit zum Faktencheck. Und dich, Sina, sage ich noch mal vielen Dank.